Ja, heute mal wieder Gassi to go, ich bin wieder unterwegs und hab natürlich wieder was entdeckt für euch. Und zwar schauen wir da mal runter auf den Fußboden, oder auf dem Weg. Und da sehen wir hier überall kleine Schmetterlinge sitzen und diese Schmetterlinge sind die Kohlweißlinge. Also die sind ja jetzt beim Gärtner nicht so wirklich besonders beliebt, da die Rauben gerne auf Kohl massiven Schaden anrichten und Kohlpflanzen dann auch ganz schön zurichten können. Aber Schmetterlinge sind auch sehr schön anzuschauen und sieht man selten, dass die hier auf dem Erdboden sitzen und hier Wasser tanken. Quasi aus dem feuchten Boden ziehen die hier Wasser. Hier hinten haben wir noch mehr sitzen, wie viele sich da zusammengesellen hier. Und so schaut es aus hier und da seht ihr auch, wie die hier mit ihrem Rüssel hier quasi das Wasser aufsaugen. Ja, heute ist es nochmal aufzuhalten.